So, sagt mal, hi YouTube, zumindest alle, die so da sind. Warte mal, lass mich noch einen fixen Post für Instagram machen. Folgt mir für Instagram, falls ihr das noch nicht tut. So. Dann, lass mich kurz mal den Brief rausholen, damit der nicht die ganze Zeit Stress macht. So. Und dann... Dü, 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 dü. So, so. Animal Crossing at Twitch. Das heißt, wenn... Twitch euch keine Benachrichtigung schickt, dann müsst ihr nur auf Instagram gucken. Und da poste ich dann... Immer, oder fast immer, wenn es hier irgendwas gibt. Ich meine, das wäre ja das Passendste, wenn man halt einfach so auf Abruf bereitsteht. So, das macht ja am meisten Sinn, würde ich sagen. So, von Coco. Coco ist abgehauen. Heute ist Umzugstag. Nobody cares. Weiter geht's. Gibt's eigentlich auch eine silberne Gießkanne? Warte mal, das muss ich mal rausfinden. Wahrscheinlich schon, oder? Die Legenden besagen, theoretisch muss es ja eine geben. New Leaf. Gießkanne. Genau. Kaufen 50 Blumensamen und sprich dann mit Gerd. Fein. Und ich hab die ganze Zeit Büsche gekauft, ich Idiot. Naja. Nächstes Mal, schätze ich. Hey, Selina. Was geht ab? So. Tatsächlich wäre jetzt hier... Ah, guck mal, perfekt. Ah, sehr gut. Genau, was ich wollte. Für die Goldachs musst du Bäume kaufen. Das weiß ich auf jeden Fall. Ah, warte, ich kann hier gar keinen hinpflanzen, weil ich glaube, die können nicht nebeneinander wachsen, oder? Sonst hätte ich das nämlich gerne gemacht. Das hier wird sowieso nichts. Das ist fein. Oh, das wäre böse geworden, wenn jetzt hier tatsächlich einer gewachsen würde. Aber auch das ist fein. Wir haben einfach ein Kaffee. Ich raste aus, Junge. Es ist Wahnsinn. Es ist so cool. Oh mein Gott. Die Fortschritte, die wir machen, die sind einfach nicht aufzuhalten. So, warte mal. Lass mich mal fix... Lass mich mal fix hier hingehen. Okay, ich muss mir Blumensamen kaufen. Eigentlich muss ich dann den ganzen Laden kaufen. Ich wusste es ja nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir auch direkt die ganzen Blumensamen immer mitgenommen. Ah, das ist ja unfassbar. Unfassible, sage ich da immer. Habe ich auch Platz im Inventar? Äh, geht schon. Hey Knacki, was geht ab? So, ich hoffe, du genießt es, dass ich den ganzen Laden leer gekauft habe. Ja. So, was haben wir hier? Hey, hey, gumbo. Nehmen wir auch mit. Cool. Ist hier noch irgendwas? Ich weiß nicht, was das hier ist. Oh, eine Barockpuppe. Oh, das kann cool sein. Ich glaube, das nehme ich auch mit. Ah, verdammt. So viel zu dem Thema. Ähm. Verdammt. Ich kann hier auch nichts wegpacken. Ah, egal. Hilft nix. Du, 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 du. Hey, Lumi. Was geht ab? Wie spät haben wir es eigentlich? Okay. Ist gar nicht so spät. Ich dachte, es wäre irgendwie schon 21 Uhr oder so. Aber nein, es ist erst 19 Uhr. Das finde ich okay. Das ist eine gute Zeit. Eine gute Zeit, um gute Zeiten zu haben. So. So. Dann kann ich da oben noch eine von denen hier klauen und dann auch da noch einen Busch hinsetzen. Das war nicht das, was ich wollte. Fein. Machen wir es halt kaputt. Was soll's. So, okay. Das läuft. Und dann kann ich, wenn das da so alles wächst, hier noch eine Tanne hinpacken. Dann ist das auch alles gleichmäßig. Und ich weiß noch nicht, was ich damit dann irgendwann mal machen werde. Aber ich glaube, das könnte ein Anfang für was ziemlich cooles sein. Daher schauen wir einfach mal. Ansonsten ist es halt einfach ein Natur-Dingsbums. Was halt so ist. Das ist dann einfach mal hier und existiert und sieht hübsch aus. Manchmal muss das einfach mal reichen. Ansonsten. Habe ich noch irgendwas im Inventar, was ich vergraben könnte? Schrägstrich, was ich irgendwo hinstellen könnte. So. Kaum weggezogen. Ach nee, warte. Das ist die Polizeistation. Ich wollte gerade sagen, kaum weggezogen schon ist hier einfach ein neuer Platz. Finde ich gut. Okay. Okay, das lassen wir mal liegen. Das ist fein. Okay. Hört man die Katze miauen? Hey Surreal Love. Wird das so ausgesprochen? Was geht ab? Hier ist nix mit Fossilien. Das finde ich sehr schade. Habe ich noch irgendwas im Inventar, was ich einbegraben könnte? Irgendwo. Alles nicht so richtig irgendwie. Alles nicht so richtig. Ich packe, äh, lass mich mal nach da und gucke, was passiert. So, dann müsste ich ganz fix mal nach Hause und da noch meine Musik-Dingsbums abgeben. Du, um wahrscheinlich zu merken, dass ich den bereits habe. Oder auch nicht. Sehr gut. Oh nein. Was hat deine Katze, dass du beim Tierarzt warst? Hm. Kontrolle von Diabetes. Ach, du liebe Güte. Ich hoffe, da ist dann die Pflege einigermaßen okay. Okay. Da finde ich schon mal irgendwas, was eingegraben ist und das sind einfach Geroiden. Alles, was ich möchte, Fossilien, ein Ort, wo alle Fossilien einfach auftauchen, das wäre ein Träumchen, das wäre so toll, das würde ich sehr feiern. Hier ist nirgendwo was. Okay, hier. Oh, Junge. Okay, also ich kenne das halt nur von meinem. Der hat ja seinen ganzen Leberkram und dann muss ich dem halt immer so quasi Abführmittel ins Essen packen. Und das ist halt so alles, was ich machen muss. Ich kenne das halt jetzt nur von Menschen, dass du dir Insulin spritzen musst, wenn du Diabetes hast. Und ich wüsste jetzt nicht, wie man das bei Katzen macht, ob die sowas dann auch kriegen oder nicht. Äh, was gibt's? Unterhalten wir uns. Hey Diana, ich mag ja keine Insekten, aber da gibt es eines, das mich auf seltsame Art fasziniert. Würdest du mir vielleicht eine Strandassel bringen? Okay, ich glaube, das kriegen wir hin. Das kann nicht so schwierig sein. Oh, musste der das spritzen oder gibst du der das irgendwie zu essen? Oder wie funktioniert das? Junge, ich exportiere meinen Safe gleich, um im Editor zu gucken, wo die Dinger sind. Und, meine Güte, das ist ja, das gibt's ja gar nicht, dass die einfach straight up nirgendwo auftauchen. Was ist denn hier los? Aufregend. Dann, äh, großen Respekt, dass du das durchziehst. Ich meine, musst du halt durch, ne? Kannst ja nichts machen, aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass es am Anfang so ein bisschen scary ist. Ich bin halt froh, dass wir hier unseren relativ schmerzlosen Weg gefunden haben, ihm halt die Medizin zu geben, wo er halt bisher noch nie gemeckert hat. Aber wenn ich ihm das tatsächlich dann so in den Mund spritzen müsste, das wäre auch echt ein Abenteuer gewesen jedes Mal. Ich raste aus, Junge. Wo ist das denn? Wo sind die denn? Das kann doch nicht sein. Die war ich ja auch schon. Hier ist ja nix. Auf der anderen Seite ist ja auch nichts. Oder doch? Hier. Perfekt. Okay. Oh, hey. Willst du vielleicht einen Dreh-Dietapete von mir kaufen? Äh, nein, danke. Sorry, girl. Aber wir müssen trotzdem mal miteinander reden. Hey, Monet. Ich hatte ein Geschenk für Mandy, aber es ist mir so peinlich, Geschenke zu überreichen. Ja, ich hasse es auch zu sehen, wie sich die Leute freuen, wenn ich denen ein Geschenk mache. Furchtbar. Frage ich prinzipiell immer andere Menschen, ob die das für mich machen können. Na ja. Habe ich noch Bäume oder sowas? Dann könnte ich die nämlich einfach hier hinterpflanzen. Hier muss ich ja auch noch mal reden. Klaudern wir. Ich habe gehört, dass du ein Mini-Flach-Kaktus hast. Ich denke schon. Ja, von mir aus. Es ist wenigstens mein Inventar um einen Platz freier. Viel Spaß damit. Es ist wenigstens mein Inventar. Damn, crazy. Okay, ich gehe einfach mal auf so eine kleine... ...Baum-Einpflanz-Reise. Da packe ich die rein, was soll's. Und hier auch. Um einfach mal so ein bisschen Stuff im Dorf zu verteilen. Eigentlich wollte ich Geld holen, aber... Ah, ich muss mein Dorf dekorieren. Das hat leider Vorrang. I'm sorry. Ich bin froh, wie ihr... Ich biografisch. Gott, wie war's? Ich bin froh. Tschüss. Ich bin froh. Dann bin ich mit euch. Musik. Ich bin froh. Okay, das sollte auf jeden Fall funktionieren, um die Bereiche so ein bisschen abzutrennen. Irgendwo würde ich einen Baum hinpacken. Das weiß ich noch. Habe ich vergessen, wo. Ähm. Ach genau, hinter, hinter das Café. Würde das denn funktionieren? Ja. Ich sage einfach mal schon. So, da müsste ich jetzt eigentlich auch noch einen hinkriegen. Das wäre noch ganz cool. Garantiert habe ich im Haus noch welche. Ich werde doch wohl noch irgendwie ein oder zwei kleine Bäumchen haben. Animal Crossing geht bis 21 Uhr. Also noch etwa eine Stunde. So, ähm. Ja. Ja. Ich habe keine Bäumchen mehr? Come on. Das kann nicht sein. Ja. Ich werde nicht hier noch Kirschen einpflanzen. Das ist, äh, auch fein, aber come on. Come on, Junge. Warte. Ah, ich habe vergessen, äh, in meinem Links noch zu gucken. Hey, Schneewittchen. Was geht ab? Äh, hier. Hier werde ich doch wohl noch ein Bäumchen irgendwo haben. Auf jeden Fall ein paar Büsche. Was ist das Ding? Okay. Hey, ich habe einfach, ich habe keine Bäumchen mehr. Muss ich halt, muss ich halt Kirschen einpflanzen. Das ist auch okay. Oh, warte, mit dem muss ich auch noch reden. Ich habe mich ja ewig nicht mehr gesehen. Ja, du warst ja auch nie da. Du warst nie zu Hause und du warst nie draußen. Hacke auf, Junge. Rede mit mir. Ich bin ziemlich vergesslich, aber ich werde versuchen, unsere Abenteuer in meinem Herzen aufzubewahren. Okay. Wahrscheinlich ist die Sache, die hinten rumliegt, einfach seine Sache. Ähm. So. Und so. Weiterhin keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber schauen wir mal. Okay. Ich meine, wir werden es ja in den kommenden Tagen sehen, ob das klappt. Daher schauen wir einfach mal. So. Was liegt hier noch rum? Ein Buntholztisch. Okay. Ich nehme ihn einfach mal mit und packe ihn nach hier, wo unsere kleine Müllhalde ist. Okay. Oha. Ah ne. Das ist wahrscheinlich, äh. Ja, das dachte ich mir. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen Fossilien sind. Die sind irgendwo in irgendeiner dunklen Ecke versteckt, wo kein Mensch hinkommt. Wo halt einfach nichts ist, so. Super. Super weird. Aber okay. Ähm. Die kommt mit nach da. Gehen wir kurz mal die Fossilien analysieren, die wir haben, damit wir sie verkaufen können. Dann muss ich noch die Geldsteine machen. Und dann schaue ich nochmal, was geht. Wir müssen nie wieder an Club Karlauer, Junge. Ah, das ist so gut. Das macht mich, das macht mich so happy einfach. Hey, hey. 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 Einmal Fossilien analysieren. Sehr gut. Dann können wir das lassen. Boop, 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 boop. Sehr schön. Weiter geht's. ein museumsboden so dann haben wir noch einen zweiten ausstellungsraum und da packen wir dann einfach die gerünen rein dann haben wir auch ruhe damit so wo habe ich denn hier ich kann die da nicht reinpacken lahm aber fein warum steht der denn schräg weird aber fein uh voll hübsch mich nervt es dass ich die nicht hier in die mitte stellen kann man das ist halt das ist halt schon so ein bisschen it's something so weiß ich nicht wie ich das finde schizel danke für den sap das ist auf jeden fall der beste museumsraum i'm sorry das kann nicht getoppt werden es gab keine bombe das ist eigentlich was gutes würde ich sagen das war hier nochmal buntholztisch pikmin aufregend ich nehme es aber mal mit einfach um ein bisschen ordnung zu machen möge die müllhalte nicht mehr müllhaltig sein so friends möge auch ihr müssen geld bringen jetzt kann man verkaufen und dann verkaufe ich das hier das hier das hier und ich glaube die beiden ich glaube das ist fein 8100 sternis nehme ich doch mit vielen dank ich hoffe dass wenn sie irgendwann mal fertig ist sie richtig richtig cool aussieht wie schmeckt kiwi just legends ich habe ihn nicht getrunken ich glaube ich habe ihn gar nicht daher weiß ich nicht ist ja nicht ist ja eigentlich ist ja eigentlich ich glaube ich ooh are you serious jungen ey dieses spiel ist manchmal echt so ein rage trip alter Damn. Damit hat keiner gerechnet. Okay, das ist fein, glaube ich. Dann gehen wir die doch direkt auch mal verkaufen und machen einfach ein Vermögen. Nee, das ist zum ersten Mal passiert. Verkaufen. Hey, Speyer, ich habe gar nicht gesehen, dass du da bist. Und meinen Hut habe ich aus einem Ballon... ...Dingsi, so ein Geschenk, was von so Ballons getragen wird. Tatsächlich gab das bisher... Also es gäbe, glaube ich, sogar mehr Geld, wenn ich das komplett durchgezogen hätte. Aber jetzt auch nicht so brutal viel mehr, dass ich sagen würde, wow, das hat sich gelohnt, dass ich jetzt da die... ...die Kristalle rauskriege, anstatt Geld. So, Brand. Was kann ich für dich tun? Verkaufen. Und zwar noch den letzten Dude hier. Na, doch. Kaufen. Ich meine, ich sage ja schon die ganze Zeit, dass ich mal so ein Umstyling von diesem Zelda-Outfit brauche. Ja, abgemacht. Nicht, dass ich das wieder abbreche. Das hatte ich nicht im Sinn eigentlich. Das sollte schon ein bisschen anders aussehen, aber es ist fein für das, was es ist. Von daher, ich beschwere mich nicht. So, dann kaufen wir uns kurz noch eines der Gemälde. Hey, Kammergöttin, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Uh, der Herz-Smiley ist voll süß. Willkommen in Reinhardt's Galerie. Bla, 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 bla. Okay, okay. Penis on camera. Ich weiß nicht, ob der echt ist, wenn ich ehrlich sein soll. Keine Ahnung. Er ist echt auf jeden Fall. Das weiß ich. Weil er macht seine Jazz-Hands und die sind echt. Ich glaube, das ist... Auch fake. Ich glaube, der dunkle Gott muss auf der rechten Seite sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Und das hier weiß ich nicht. Da kenne ich nichts dran. Aber das lässt sich herausfinden. Okay. Die David-Statue ist fake wegen dem Handtuch. Auf jeden Fall. Das macht Sinn. Ich habe... Das hätte ich eigentlich auch erkennen können. Dann. Der eine Dude mit seinen Händen ist ein Original. So, hier erkennt man halt einfach auch nichts dran, ne? Okay, da muss... Da ist so ein weißer Pixelhaufen. Der muss... Der muss rechts sein. Und bei dem anderen, ja genau, der dunkle Gott muss auf der rechten Seite sein. Daher, es ist nur der Dude hier richtig. Hey, Jakob. Was geht ab? Das war cool. dann investiere ich das geld was ich eingenommen habe direkt mal in die polizeistation ich bin dabei und ich gebe 24.000 sehr gut okay dann müssen wir noch die irgendwie so ein dings bringen wohnen sie denn mandy da unten oh nein hast du nicht lang genug gekocht lieferung was ist denn ein minz shirt ich muss noch den kaffee kaufen hättest du mich nicht daran erinnert eine mango wie cool nice in new horizons kannst du auf diese inseln fahren ich habe vergessen wie die heißen die schaltest du irgendwann frei hast du deine deine wie nennt man die denn und auf inseln fliegen genau oder kann man nicht auch hier hinfahren oder so ich weiß es nicht mehr auf jeden fall kannst du so random inseln und dann kriegst du da die ganzen früchte die du nicht hast aber wenn sie zu lange gekocht sind dann werden sie ganz also dann wird der reis ganz matschig also musst du ihn eigentlich nicht lange genug gekocht haben keine ahnung kaffee ich hätte es fast vergessen wieder kaffee gibt es für 200 stennis pro tasse na wie sieht es aus ich nehme eine sehr wohl du solltest ihn trinken bevor er kalt wird alles klar dieser kaffee hat genau die richtige bitterkeit perfekt für den echten kenner danke willkommen tut mir leid aber ich kann ich heute nicht mehr bedienen das gibt es doch nicht okay dann gehe ich kurz noch mein inventar aufräumen und dann wow wäre ich fertig für heute chris altes haus hey das ist doch ein buntholztisch in deiner tasche sag jetzt nicht dass du den fotografie für profis preis zu schreiben gewonnen hast ich wollte den unbedingt ich habe so viele briefe geschrieben äh äh fein viel spaß damit das abitur wurde geleakt und mega aufregend hey Stella was geht ab Ach, ich freue mich bloß, dich zu sehen So, dann packe ich hier nochmal gerade alles weg Damit ich so ein bisschen mein Inventar freikriege Ich glaube, ich packe auch die Schleuder weg Dann haben wir einen Platz mehr Und das ist voll cool Denn dann gehe ich halt morgen auf die Insel Und hole mir alle Käfer der Welt Boom